und ich war auch am Stand von HCM Kinzel hier seht ihr nochmal das sehr erfolgreiche Spiel nominiert zum Spiel des Jahres 2023 Next Station London auch das habe ich euch schon sehr ausführlich vorgestellt auch zum richtig guten Preis zu bekommen also da könnt ihr gegebenenfalls mal in das Video reinschauen wer es etwas anspruchsvoller mag auch das habe ich euch schon vorgestellt der greift vielleicht eher zu Next Station Tokyo definitiv auch von den Plänen anspruchsvoller und demnächst ja ich denke das werde ich euch vorstellen auch die Paris Version Next Station Paris soll aber auf jeden Fall ihr seht es auch im Plan etwas einfacher sein als die Tokyo Version die war da durchaus ein bisschen anspruchsvoller Crazy Cubes auch das habe ich euch schon separat als Video vorgestellt nur nicht die Junior Version ich denke ich werde in Zukunft das Spiel nochmal genauer anschauen auch die Junior Version mit den einzelnen Aufgaben mit den Cubes wie man das zusammenstellen muss durchaus eine knifflige Herausforderung ansonsten könnt ihr natürlich auch zu ein Duo greifen aber auch hier natürlich man sieht es am Titel Brain Game natürlich eine gewisse Herausforderung die einzelnen Steine zu platzieren hier seht ihr übrigens auch das Innere mit den einzelnen Karten mit dem Baustein also eine durchaus lohnenswerte Herausforderung auch denke ich mal im Frühjahr im Handel Crazy Cubes Extrem das eine oder andere Spiel auch im Verlauf des Jahres als Erweiterung wer es dann etwas verrückter mag der kann natürlich gleich zu dieser Extremversion dann greifen mal schauen was ich da euch noch in Zukunft zeige hier seht ihr die einzelnen Karten die Herausforderung aber ja der eine oder andere liebt es durchaus solche Herausforderungen dann ist das was für euch Cubimac auch das habe ich euch schon vorgestellt und jetzt gibt es quasi eine Mini-Version eine Reiseversion Reisebeutel also magnetische Bausteine auch ein tolles Spiel kann man auch schon sagen für jung und alt auch wenn hier ab 8 Jahre dann dabei steht ihr seht es hoffentlich Chameleon heißt das Spiel auch das Spiel habe ich euch schon vorgestellt ein sehr verrücktes Party-Fun-Spiel jetzt quasi in so einer Picture-Edition denke ich auch im Verlauf des Jahres im Handel erhältlich und ja Tension auch sehr erfolgreich erinnert den einen oder anderen an Outburst Tabu sehr erfolgreich auch da geht es natürlich weiter hier seht ihr es natürlich mit den einzelnen Aufgaben mit der Halterung auch da sehr erfolgreich und das letzte Spiel ich denke das werde ich auch demnächst vorstellen das ist Score 5 hier etwas anspruchsvoller ab 10 2 3 1 2 Всем